Katrin Menzinger und Vadim Gabuzov sind seit Jahren Teil von Let's Dance. Was kaum jemand weiß, die beiden waren auch mal ein Paar. Nun verriet die Profi-Tänzerin, wie ihr Verhältnis heute ist. Katrin Menzinger, 35, ist für die Fans von Let's Dance unverzichtbar. Seit Jahren schwebt sie als Profi-Tänzerin über das Parkett. Zuletzt konnte sie sich 2022 zusammen mit René Kesseli, 27, sogar den Sieg holen. Seit 2015 ist auch Vadim Gabuzov, 35, Teil der erfolgreichen RTL-Show. Und was die wenigsten Fans wissen dürften, Katrin und Vadim waren jahrelang ein Paar, bis sie sich 2015 schließlich trennten. Doch wie ist das Verhältnis des Ex-Paares heute zueinander? Immerhin sind sie durch Let's Dance weiterhin eng miteinander verbunden. Wenn aus Liebe Freundschaft wird, war nicht leicht. In der österreichischen TV-Show Ö3 Frühstück bei mir gab die 35-Jährige jetzt ehrliche Einblicke und verriet. Dass Vadim bis heute ein wichtiger Teil ihres Lebens ist, auch, wenn es nicht einfach gewesen sei, nach der Trennung eine Freundschaft aufzubauen. Es war nicht leicht, eine Liebesbeziehung in eine Freundschaft zu verwandeln, aber es ist uns sehr gut gelungen, verrät Katrin Menzinger. Weiter erklärt sie, mittlerweile sind wir beide glücklich in neuen Beziehungen und Vadim kommt auch diesmal Weihnachten bei uns vorbei. Tatsächlich ist die Let's Dance Beauty seit 2019 wieder in festen Händen und glücklich mit Maximilian Kumpner. Über den Mann an ihrer Seite schwärmte Katrin in den höchsten Tönen, er erträgt, dass ich die Hälfte des Jahres nicht zu Hause bin. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wie schön! Beim großen Weihnachtsspezial von Let's Dance, 22. Dezember, ist Katrin Menzinger zur Enttäuschung ihrer Fans übrigens nicht mit von der Partie. Der Grund ist nicht bekannt.